Ja, ja. Die Schneekugel. Kommt. Na komm. Ich nehme den Rechner. So, ok. Reicht. Das ist weihnachtlich genug. Hausflipper, wir sind wieder da. Sehe ich hier alles? Ja, ich musste natürlich mal wieder alles umstellen, weil der linke Monitor bei Hausflipper immer ausfällt. Warum auch immer. 5 neue Mails. Browser, Kontostand ist hoch. Ich würde sagen, schnell mal. Hm, das haben wir schon, oder? Weihnachtsbestellung. Das ist gut. Hey, die Ferien kommen und ich habe ein Problem. Meine Eltern sind vor einem Monat in eine Delegation gegangen und haben mir eine freie Hütte entlassen, aber sie kommen zur Weihnachten zurück zu Hause. wird es noch spüren der letzten Party. Ein paar Folgen da auch. Und sie wissen, meine Mutter hat eine idealistische Vision von Weihnachten, in der alle Fenster leuchten und das Haus mit Weihnachtsschmuck gefüllt ist. Alles klar, Annibel. Nichts wie hinten. Eine Sauna. Hm, der will eine Sauna haben. Das sollte ich noch hinkriegen. Garten? Nichts. Ja, hier ist schon ganz klar. Erstmal reinigen. Ich muss jetzt gerade nochmal nachdenken, ich weiß nicht mehr wie es geht. Okay. Reinigen. Was war denn das für eine Party? Wie feierst du den Arsch? Hä? So. Oh je. Erstmal reinigen. Das geht auch, wenn der Müll da liegt. Das sind schon eine Menge Verschmutzungen, oder? Ach stimmt ja, da war diese mit dem Map. Genau. So. Da war ja fast alles schon weg. Da ist noch was. Aha. Da ist aber nicht viel. Dann machen wir schnell mal den Müll weg. Hat alles noch Verschmutzungen? So. Müll. Fehlt auch noch ein bisschen was. Verschmutzungen finde ich jetzt wieder welche. Da. Ah, die haben wir geschafft. Dann können wir jetzt wieder übergehen zu den Verschmutzungen. Das ist hier. Das ist hier irgendwo. Wo ist das? Da. Hä? Da. Eine Fußspur. Okay. Hier. Da. Ah ne. Das Fenster. Da hinten ja ganz riesig. Klar stimmt doch. So. Und hier. Auch weg. Und was fehlt? Wo ist denn denn noch ein Prozent Verschmutzung? Ah gut, das war's. Dann würde ich sagen, reinlegen wir die Fenster. Das mag ich am liebsten. Ich will diesen Fenstersorger haben. Genau den. Das ist so geil. Ja, eins. Ja, die Fenster sind schlimm. Ha? Die sind schlimmer als bei uns. Ne, bei uns ist es schön. Dann legen wir schon ein bisschen Wert drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Okay. Jetzt müssen wir Weihnachtsbaum kaufen. Einen. Weihnachtsbaum. So. Ja. Wow. Der kommt da hin. Weihnachtsmeerlande. Auch nur eine. Das weiß ich nicht. Was genau das ist. Da kommt sie hin. Zwei Weihnachtsglöckchen. Kaufe viele. Eine. Na. Ich weiß jetzt nicht genau, was das Kriterium ist. Eins da hin. Und eins da hin. Drei Weihnachtssterne. Müsste man ja sofort. Ne. Ach. Ja. Gut. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. Ganz klar. So. Ein großes Geschenk. Großes Geschenk. Ja. Die Farbe stimmt. Da kommt es natürlich hier. Der andere Baum. Äh. 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 Ein großes Geschenkpaket. Was ist denn das? Ist wieder was anderes. Äh. 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 Nehmen wir erstmal die. Mittleren. Äh. Was ist denn das große Geschenkpaket? Na. Nochmal. Mittleren. Mittleren. Großes Geschenk. Das wollte ich nicht. Mhm. Großes Geschenk. Das haben wir doch gerade. Das ist es nicht. Gut. Meinen sie vielleicht das Ruhe? Na komm. Das ist es auch nicht. Was ist ein großes Geschenkpaket? Ach, da ist er ausgefallen. Sehr schön. Und wieder da. Das blinkt jetzt ein bisschen. Großes Geschenkpaket. Ach. Okay. Das ist. Sack. Gut. Was ist, wenn wir das da wieder verkaufen? Fehlt nichts. Äh. Schneekugel. Äh. Adventskranz XL. Nein. Ah. Da müssen wir doch lesen. Gut. Also. Adventskranz XL. Ach. Adventskranz. T3CZ. Adventskranz. Da. Ähm. Lange hängende Girlande. Mhm. Mhm. Lange. Mhm. Lange. Hängende Girlande. Mhm. Mhm. Ich kaufe viele, und zwar 6 Stück, ich habe keine Ahnung, oh, der steht falsch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mistel, Mistel, jetzt kaufen wir eine, ich bin gespannt, ob die da hin kann, so kleinen Moment, ich muss mal ganz kurz was erledigen, na super, egal, ändert nichts, okay, Nussknacker, mal ganz nebenbei, wollte ich den da oben drauf, so, Schneekugel, nee, die kommt mitten da hin, der ist halt doch eigentlich auch nicht da hin, so, okay, fertig, diese Tür, das ist aber nur, ja genau, und, das ist schnell erledigt, so, fertig, da kam ich rein, da geht es hier weiter, na, wo ist denn da noch Dreck, okay, ja, so darf es ruhig weitergehen, aber ich glaube, wir haben noch einen Raum, der so richtig schön die Sau macht, ja, das ist nicht der, das ist die Garage, ich kann das Auto verkaufen, für die Gräter halt, ne, da, oh, okay, das ist schnell erledigt, das auch, genau, und jetzt kommt es, das haben wir zweimal, Hängeleuchtel Little Star, Hängeleuchtel Little Star lang, was, ja, danke, Kaufen viele, wie viel sind es? 1, 2, 3, ja, ich weiß nicht, was ich abschließen kann, das möchte ich auch nicht, breiter Vorhang zum Einbauen, ne, erstmal noch Weihnachtsklöckchen, finde ich auch so, oder? Ja, kaufe viele, hä, ich muss näher ran, so, ach, schön, ähm, noch was, äh, Big Star lang, okay, hängeleuchte, Big Star lang, kaufe viele, die, die kommt dann hier nebendran, die ist auch, ach ne, quatsch, die ist genauso lang, die ist der Stern, das sieht doch fast gewollt aus, dann den Kranz, jetzt, zack, jetzt kaufen, und dahin, äh, Weihnachtsstern, das ist der, der kommt dahin, jetzt kaufen, ich vergesse immer wieder, dass das ein, was, den gibts nur in Rot, hör mal auf, na, quatsch, jetzt kaufen, zack, und breiter Vorhang zum Einbauen, jetzt kaufen, das ist jetzt was ganz anderes, breiter Vorhang zum Einbauen, jetzt kaufen, zack, den muss man aber noch, montieren, genau, das macht man alleine, weil das Ding hält wie angepackt, das macht halt eben das Ding so schön, dieses Spiel so schön, im Gegensatz zu, The Real Deal, da waren wir noch nicht, gut, aha, ich würde sagen, Müll aufräumen, nein, oh, da ist noch Müll, Pizzaschachtel, weg, Verschmutzung, na, ja, ist das das Dekor, das ist das Dekor, das ist das Dekor, aha, Fenster reinigen, Fensterbank, Fensterbank ist immer dreckig, ja, merke, hier, da ist noch eine Verschmutzung, da ist irgendwo noch eine, zumachen, hallo, hm, egal, ich habe sie nicht gesehen, aber egal, Fenster reinigen, drei Stücke reinigen, drei Stücke reinigen, sag mal, was ist denn die Fenster so nachlässig inzwischen, da haben doch immer mal ein paar Ecken gefehlt, oder? Tatsächlich, so, Hängelampe, Schneeflocke lang, dreimal, hm, Hängelampe, Schneeflocke lang, kaufe viele, eins, zwei, ne, drei, das war's, ok, durch, ein böswilliger Maulwurf, Hihi, Maulwurf jagen, ach, ich liebe es jetzt schon, so, so, dann schauen wir doch mal, hm, mhm, Gucken wir doch mal, ich hätte mein Lachen,